Wie sieht ein XLR-Kabel aus? Was ist ein TRS-Stecker? Welche Kabel sind symmetrisch und welche nicht? Erfahre dazu mehr in diesem Video, plus es gibt einige Praxistipps für Musiker. De La Mar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei De La Mar, dem Fachmagazin für Musiker. Mein Name ist Gina und heute möchte ich dir einige Audiokabel vorstellen, die für Musiker von besonderem Interesse sind. Wenn du also wissen möchtest, was XLR-Klinke, Mini-Klinke und Ginge sind oder welche davon symmetrisch oder unsymmetrisch sind, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht, wenn du uns unterstützen möchtest, lass uns einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Wenn du außerdem die kleine Glocke neben dem Abo-Button drückst, wirst du in Zukunft immer von YouTube informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Also jetzt schnell anklicken. Das für Musiker, Produzenten und Tonfachleute vielleicht wichtigste Format ist, wurde das Klinkenkabel. Es gibt hiervon insbesondere zwei Größen, die besonders häufig anzutreffen sind. Die erste mit einem Durchmesser von 6,35 Millimetern, auch große Klinke genannt. Die kleinere Version wird Mini-Klinke oder auch kleine Klinke genannt. Der Durchmesser beträgt 3,5 Millimeter. In der professionellen Audio-Technik kommt sie seltener zum Einsatz, aber in einem MP3-Player-Tablet oder Smartphone ist das häufiger anzutreffen. Klinkenstecker können unterschiedlich viele Signale gleichzeitig übertragen, je nach Steckertyp. Es gibt Mono- und Stereo-Stecker, die jeweils ein bzw. zwei Audiosignale übertragen. Bei einem Gaming-Headset oder beispielsweise am Smartphone gibt es noch ein weiteres Audiosignal für das Mikrofon. Die Bezeichnung der Steckertypen ist entweder TS, TRS oder TRS für Mono, Stereo und Stereo plus Mikrofon. Dabei steht das T für Tipp, das eigentliche Wort für Spitze, R für Ring und das S für Sleeve, englisch für Schaft. Das Format XLR ist in vielen Bereichen der professionellen Audio-Technik zu finden, insbesondere beim Anschluss von Mikrofonen und Lautsprechern. Es benötigt mehr Platz als eine Klinke, kann dafür aber je nach Ausführung eingerastet werden. Auch sind XLR-Stecker robuster, weniger anfällig für Staub und vermeiden Spannungsspitzen beim Verbinden. Ein XLR-Kabel kommt am häufigsten mit drei Polen vor, also drei unabhängige Leitungen für Signale. Es gibt sogenannte männliche und weibliche Stecker. Letztere sind als Buchse ausgelegt. Cinch-Stecker müssten eigentlich Sinch-Stecker genannt werden mit scharfem S. Wir bleiben beim gebräuchlichen Cinch. Sie finden sich vor allem in der Unterhaltungselektronik, wie einer Stereoanlage, einem Schallplattenspieler und bei einigen Geräten aus der Audio-Technik, wie DJ-Controller oder Mischpulten. Zur Audio-Übertragung liegen Cinch-Verbindungen fast immer als Pärchen vor. Einfache Kabel mit Cinch-Steckern, also nicht als Pärchen ausgelegt, werden zur Übertragung von digitalen SPDIF-Signalen verwendet. Es gibt eine einfache Regel, um herauszufinden, ob dein Kabel asymmetrisch ist. Asymmetrische oder auch unsymmetrisch genannte Audiokabel haben immer nur eine Leitung zur Übertragung. Eine Stereoklinke kann also immer auch mit symmetrisch ausgelegten Buchsen verwendet werden. Auch XLR-Kabel können immer symmetrisch verwendet werden. Im Gegengesatz dazu sind Cinch-Kabel oder Monoklinken immer unsymmetrisch. Wenn du mehr zu dem Thema symmetrisch vs. unsymmetrisch wissen möchtest, lasse ich dir hier einen Link dazu da. Du findest diesen auch in der Beschreibung unter dem Video. Okay, das war ein kurzer Einblick in die Welt analoger Kabel mit den wichtigsten Infos zu Klinke XLR und Cinch. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, klick auf den Link in der Beschreibung. Dort findest du alles Weitere in einem Artikel mit weiteren Infos zu digitalen Audiokabeln Multicore, MIDI und mehr. Schreib uns in die Kommentare, welche Kabel du am häufigsten verwendest. Und lass uns noch schnell einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Mein Name ist Gina und wir sehen uns bald wieder auf der Lamar. Ich raste gleich aus.